Wichtig ist, dass ihr hier eine Möglichkeit habt, den Ausschnitt zu wählen, der rausgeht. Das war auch noch mal so ein YouTube-Video, was wir abfahren können. Und ein Format erkennt ihr im Prinzip alles dann? Jedliches File-Format abfahren kannst, was irgendwie aus dem Internet geladen wird. Was ist drin? Wir haben jetzt zwei Lärm-Ton-Bild-Delay drin. Die Zähnchen, sind die schwarz oder sind die durchsichtig? Versteht ihr, was ich meine oder bin ich der Einzige, der das so empfindet? Ich weiß, was du meinst. Das müsste man wirklich mit dem endgültigen Design sehen. Das heißt, derjenige, mit dem ihr skyptet, der sieht immer dieses Manycam-Bild, was hier unten rausgeht. Da könnt ihr zum Beispiel auch hier einen Desktop-Screenshot irgendwie draufgeben oder ein Bild, was ihr dem mitschicken wollt. Das ist wirklich eine Welt-Sensation. Das hat es zuvor noch nie gegeben, meine Damen und Herren. Und wenn Sie jetzt zugreifen, dann bekommen Sie auch noch diesen wunderschönen Rucksack dazu. Das sollst du doch gar nicht moderieren, oder? So bestellt. Bis zum nächsten Mal.